Ihre schriftliche Arbeit soll bald fertig sein, aber Sie wissen nicht, wie und wo Sie anfangen sollen? Wie können Sie Ihr Schreibprojekt planen und Ihren Text sinnvoll aufbauen? Wie können Sie wissenschaftliche Quellen finden und adäquat in Ihrem Text verwenden? Wie funktioniert überzeugende Argumentation? Schreiben gehört zum Studium. Von der ersten Semesterarbeit über Projektberichte und Essays bis hin zur Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. An der HSG werden Sie bereits im ersten Semester in das wissenschaftliche Schreiben und Arbeiten eingeführt. Doch an wen können Sie sich danach wenden, wenn Sie Fragen zu Ihrem Schreibprojekt oder zum Schreibprozess haben? Die HSG-Bibliothek und das HSG Writing Lab haben verschiedene Angebote entwickelt, um Sie genau dabei zu unterstützen. Die Nacht der Schreibkompetenz findet jährlich im Herbstsemester statt und ist speziell auf Assessment-Studierende ausgerichtet, die kurz nach dem Break Ihre erste wissenschaftliche Arbeit abgeben. An diesem Abend haben Sie die Möglichkeit, Referate zu den Themen Argumentation und Struktur, korrektes Zitieren und erfolgreiche Recherche zu besuchen. Daneben finden individuelle Rechercheberatungen und Schreibberatungen statt. Sie bringen einfach Ihren Text und Ihre Fragen mit. Und die Beraterinnen und Berater nehmen sich Zeit für Ihre ganz persönlichen Anliegen. Sind Sie einmal auf der Bachelor-Stufe angelangt, geht's mit dem Schreiben natürlich weiter, bis dann plötzlich die Bachelor-Arbeit vor der Tür steht. Nach so vielen eingereichten Arbeiten sollten Sie nun ja gewappnet sein. Übung macht bekanntlich den Meister, oder? Aber wie sollen Sie mit der Recherche beginnen? Wo und wonach sollen Sie suchen? Für welche Quellen sollen Sie sich entscheiden? Und wie integrieren Sie die fremden Gedanken in Ihren eigenen, nun wesentlich umfangreicheren Text? Die HSG Bibliothek und das HSG Writing Lab beantworten diese und weitere Fragen in einem gemeinsam konzipierten Lernerangebot. Research, Sight & Write heisst das Format. Es wird viermal jährlich als Kompaktveranstaltung für Bachelor-Studierende angeboten, die mit Ihrer Bachelor-Arbeit oder einer umfangreichen Seminararbeit beginnen möchten. Beim abschliessenden Apero können Sie sich mit den Expertinnen und Experten im informellen Rahmen austauschen. Und wie geht es auf der Master- und Doktoratstufe weiter? Wir beraten Sie das ganze Jahr über, individuell und unkompliziert. Bei Fragen zur Recherche können Sie spontan zur Recherchenberatung vorbeikommen oder einen unserer Kurse besuchen. Bei Fragen rund um Schreiben sind wir in der offenen Schreibberatung für Sie da. Oder Sie senden uns eine Mail und wir vereinbaren einen individuellen Termin mit Ihnen. Und last but not least, natürlich sind alle Angebote, die wir Ihnen in diesem Video vorgestellt haben, kostenlos. Also, schauen Sie vorbei. Wir sind für Sie da.